Hallo liebe Leute, wir sammeln weiter, oh Entschuldigung mit dem Krach, wir sammeln weiter Trophäen und ich hab jetzt mal mehr gedacht, lass uns doch in dieser Folge zunächst mal die fehlenden Kregorbeeren suchen. Ähm, 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 die stehen zwar nirgendwo verzeichnet, soweit ich das weiß, aber wenn wir mal auf die Trophäen gucken, warte, 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 da, neun Stück gibt es, es fehlen noch fünf, äh, und ich glaub, es gibt auf jedem, jeder Location gibt's einen, ähm, ich kann leider überhaupt nicht sagen, welche, deswegen fangen wir einfach, äh, welche ich schon hab, deswegen, fangen wir doch einfach mal an, ganz vorne, äh, ich, natürlich hab ich einen kleinen Guide, aber, das soll uns jetzt nicht weiter stören. In Fairey City. Glaube, den hatten wir sogar. Glaube, Glaube. Das war doch... Jetzt kann ich endlich die Stadt erleben, ohne die Gefahr, dass sie verabschiedet worden sind. Ja. Hm, nein. Ja, da unten irgendwo war das, bin ich mir ziemlich sicher. So, hier war das irgendwo, kann das sein? Zumindest der Guide sagt, das war hier. Hier bei diesen, äh, bei diesen Shops. Den hab ich nämlich zufällig gefunden, ich erinnere mich, also, bisher hab ich ja alle zufällig gefunden, aber nun... Oder? Ach, da, ja, genau. Hier, original war das gewesen. Okay, schön, aber gut, dann haben wir den hier vor Ort auf jeden Fall schon mal gefunden. Der Nächste in Sargasso, da bin ich mir nämlich nicht mehr so sicher jetzt. So, wir gehen einfach mal... ...wieder hoch zum Schiff und reisen weiter. Da bin ich mir nämlich nicht sicher. Ich glaub, den haben wir noch nicht. Mein Guide sagt, der ist in Rivets Hideout. Hab ich echt nur vier von den Bären gefunden? Ja, okay, anscheinend so. Ist das wohl so? Verrückt. Gut, gut, gut. Aber es ist nicht weit. Los geht's. Dankeschön und auf Wiedersehen. So. Da liegt er. Guck an, den hätten wir auch in der letzten Folge schon nehmen können. Als wir hier den Fernseher genommen haben oder angeschaltet haben. Naja. Man kann nicht alles haben, ne? Und weiter geht's. Sargasso war das jetzt. Das nächste ist Zerkis. Den hatten wir auf jeden Fall. Da brauchen wir gar nicht hin. Das müssen wir uns gar nicht erst geben. Jetzt fehlen noch vier. Dann Zavali. Dann Zavali. Zerkis hat man es auf jeden Fall. Das weiß ich sehr genau. Dann Zavali. Mal kurz auf die Map. Das soll sich hier so befinden. Da kommen wir ja gut hin. Ja. Oh. Ja. Okay. Das wäre das. Wie ging das nochmal? Achso. Achso. Uh. Wir können wieder schießen. Viel schießen. Raritanium. Raritanium. So. Das wär's. Ich wollte aber ja... So. Dort. Irgendwo. Das ist richtig, ja. Hahaha. Hopp. Und hepp. Okay. 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 Energie. Jetzt müssen wir ein bisschen gründlicher schauen. Ist halt hier abgefahren. Ähm. Ich denke, wir müssen hier erstmal die einzelnen Wege überbrücken. Okay. Sehr gut. Wenn wir einmal rum sind, dürfte da dann auch der Bär irgendwo sein. Nein, da ist er. Sehr, sehr, sehr gut. Juhu. Das ist der sechste. Uns fehlen nur noch drei. Komme ich jetzt hier wieder zurück? Oder muss ich den ganzen Weg gehen? Ich muss den ganzen Weg gehen. Ah, was mache ich denn? Ja, ja. Und dann... Nein. Ah, shit. Ah. Oh. Alles gut. Mein Gott, nee. Ich glaube, das war der letzte hier. Ah, guck mal. Ah. Ich kann hier noch folgendes tun. Man muss ja Kunststücke vollführen. Naja, okay. Nee, das wissen wir jetzt zu weit. Es gibt für... Es gibt eine Probe, bei der man Kunststücke auf den Schienen... Fünf Tricksprünge auf der... ...den Schienen ausführen soll. Ich habe jetzt, glaube ich, zwei gehabt. Soll ich es einfach hier nochmal machen? Ah, komm. Wenn wir schon mal hier sind, gratis. Weiß jetzt nämlich nicht, wo die nächste Schiene ist. Und wir sind ja ganz fix wieder oben. Huh. Jawohl. Oh. Alles gut, Kitty. Mein Gott, nee. Muss ja nicht so Schiss haben hier. Nee? Schön, Piano. Ja, scheiße. Okay, müssen wir noch einen Run machen? Ja, Tatsache. Okay. Das war schön blöd, aber dann müsste es jetzt beim nächsten Mal auch passen. Hupala. Okay. So, und jetzt aber ein bisschen aufmerksam. Möglichst jetzt auch dann die Schienen treffen. Aber noch eine Runde möchte ich nicht. Jawohl, das war's schon. Cool. Okay, dann können wir auch runterhüpfen. Und den nächsten Cracker Bear suchen. Den gibt es nämlich Lisa Prime. Schaff ich's? Ja, ja. Sehr gut. Äh. Das ist richtig, ja. Ah, und wir haben Raritanium gefunden. Eins. Äh, Kreisklingen. Joa. Okay, das ist noch kaum aufgewertet. Stimmt. Das ist aber träflich vernachlässigt, finde ich. Naja, sträflich. Ah, das ist noch ganz schön viel. Machen wir mal den Boa-Hund hier weiter. Jawohl. Jawohl. Ups. Und ab nach Blizzard Prime. Da weiß ich nämlich nicht mehr, ob ich den hab. Laut Guide ist der ziemlich nah am Start. Was soll ich das hier nehmen? Ah, ich glaube, ich muss mir mal irgendwie eine vernünftige Mute-Taste oder so festlegen, weil ich will euch ja nicht immer ins Ohr husten. Oh, der Niesen. Immer schlimm. Dieses Genieße. Bäh. So. Hier soll er irgendwo sein. Da ist er. So. Nicht mehr viele. Wir haben nur noch zwei. Okay. Nächste gibt es in Torren 4. Ich muss ja erstmal natürlich ein Stück weit weitergehen, bis wir uns zurück teleportieren dürfen. Ja. Dann können wir ein bisschen ballern. Ey. Dann können wir ein bisschen ballern, bis wir uns zurückkehren, bis wir uns zurückkehren, bis wir uns zurückkehren, bis wir uns zurückkehren. Da kann man warten. So. Ja, hättest du nicht gedacht. Mal leben, mal leben. Oh, du blöd. Und weiter geht's. Torrin, 4, 4. Ey, hier gibt's irgendwie so eine Marktstraße. Genau, ich erinnere mich. Ey, ist halt doch nicht so. Mann. Ja. Geiss klingen alle. Dann nehmen wir jetzt was stärkeres. Den Blitzschlag. Das ist wirklich stark. Da unten ist auch schon ein Junk-Dings. Markt-Ecke. Okay. Okay. Ich glaube, den hatte ich hier auch schon gefunden. Ja, hier war der wohl. Und ich hab ihn schon. Okay. Hier komm ich wieder zurück. Ich will wieder zurück. Gucken. Gibt's hier irgendwo einen Teleport? Ja, da links. Okay. Ja, ist okay. Ist okay. Ich darf nicht. Ähm, dann komm ich da auch nicht so eben drauf, sondern muss jetzt irgendwo hier mich zurechtfinden. Einen anderen Weg nach Hause suchen. Nach Hause zum Flugzeug. Ach, da ist es doch. Astran ist Flugzeug. Raumschiff natürlich. Es geht jetzt nach Cordelion. Soll auch sehr früh im Level sein. Ah ja, da gibt's auch diese Kristalle. Genau, da müssen wir auch gleich direkt mit Hand haben. An die Spitze des Turms. Das ist ja gut. Hallo. Ja, das glaube ich. Das soll ich hauen. So, runter. 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 Jetzt soll er hier irgendwo sein. In nem Schneehaufen. Ach, da oben. Gefunden. Ach Gott. Dann nur noch zwei. Bis zur nächsten Gold-Trophäe. Okay. Äh, wie komm ich wieder zurück? Ah, ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist. Shit, das war jetzt unter Wasser, ne? Ah, 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 ah. Ah. Leute. Kann ich hier wieder hoch, bitte? Ja, kann ich. Puh. Keine Lust, das ganze Level nochmal zu machen. Mh, gibt's hier nicht noch ein Kristall? Ja, genau. Ich hoffe, ich hoffe, ich kann mich da hinziehen. Kann ich. Perfekt. Und hier ist dann auch wieder alles in Ordnung. Denke ich mal. Ja. Perfekt. Dankeschön, dankeschön. So, und dann geht's jetzt ab nach Adolis. Piratenstützpunkt. Da soll der Bär sein, direkt nach diesen Piratentrials. Äh, ich hatte in Erinnerung, dass da zwei so Stände waren. Und. Jetzt mal die Mitteilung ausmachen, damit wir hier nicht gestört werden. Ähm, wir wollen nicht zum Schiff, sondern wir wollen zu den Piratentrials. Wie kommen wir da nochmal hin? Warte mal, warte mal. Hier soll das sein. Genau, ja, da ist es. Da ist es. Und hier ist auch noch ein bisschen Zeugs zu finden. Caritanium. Ja. Ui. Passt. Huch. Ich glaube, hier sind wir richtig. Na, Moment. Lieber. Einen Moment gucken. Ja, doch. Es wäre richtig gewesen. Es ist richtig. Hooray. Oh, 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 oh. Schuss. Schluss. Jawohl. Jawohl. Okay. Das war nicht so schwer, erinnere ich mich. Es war am Ende der Trials. Ja. Müssen wir die überhaupt nochmal ganz machen? Oder können wir einfach durch? Ich, wir können einfach durch, ne? Cool. Ja. Sehr gut. Das ist praktisch. Ja. 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 Wie kommen wir da hoch? Ah. Ganz normal. So. Jetzt müssten wir ihn gleich haben. Äh? Okay, haben wir den wohl schon? Wir haben den wohl schon. Es fehlt nur noch einer. Okay. Dann habe ich mich komplett vertan. Ich dachte, der hier, den bräuchten wir auch noch. Dann müssen wir nur noch nach Visoron. Okay. Voll umsonst hierhin. Macht ja nix. Oh, ich hoffe, dass alles gut an Ribbett's end ist. Mhm. Oh, jetzt ist mein Controller gleich alle. Aber ich glaube, die Trophäe kriegen wir noch. Ein Blick auf die Map. Okay. Hier soll das irgendwo sein. Dort, genau. Ja. Dann schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Wissen wir da eher jetzt hier rechts. Dürfen wir hier weiter? Hier dürfen wir. Perfekt. Dann geht's hier weiter. Kommen wir da rüber? Oh, ich hoffe doch. Ja, das ist die richtige Stelle. Dann haben wir gleich die nächste Trophäe, Leute. Top. Und auch noch Gold. Ah, hier. Kann ich nicht mittlerweile wieder? Kann ich die Kreis klingeln. Ah, Mist, die sind ziemlich schwach. Nee, da muss ich jetzt knallen. Das ist leider nicht mit Schüssen. Ich muss für eine Trophäe muss ich Schüsse zurückwerfen auf die Gegner und die damit besiegen. Gucken, wo wir das hinkriegen. Egal. 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 Erstmal sind wir noch hier. So. So. Irgendwo dort soll es sein. Wer schießt da auf mich? Da. Ah, fuck. Erstmal müssen wir hier nicht platt machen. Das war gut. Okay, wo ist hier der Bär? Eher dort. Habe ich mir sagen lassen. Wo versteckt ihr eure Bären? Ich bin doch nicht einfach hier ganz allein. Oh nein. Ah, ich bin in der falschen Ecke. Hahaha. Bin in der falschen Ecke. Das ist auch die falsche Ecke. Dort irgendwo? Okay. Ich dachte schon, er wäre drauf mit Regen. Ach, aber alles klar. Komm. Ah, keine Munition mehr. Okay. Aber im Gefängnis ist er fast noch trauriger. Da ist er. Bappappapp. Okay. Ach, okay. Ich habe jetzt auch die Benachrichtigung nicht bekommen über die Trophäe. Ja. Maximum Security Power at dangerous levels. Aber sie ist da. Das war's. Gut. Wie kommen wir mal eben schnell schon zum Schiff zurück? Müssen wir das überhaupt kurz mal schauen? Äh, alle Waffen. Reader ist eine Waffe. Zehn Gegner mit der... Ja, ja, ja. Das sind die letzten. Okay. Dann würde ich sagen... Ah, okay. Ich muss alle Spybots finden für die Reader-Waffe. Ich verstehe. In Ordnung. Ja, da müssen wir noch ein bisschen was suchen. Alles klar. Machen wir aber nicht mehr jetzt. Ich schaue mal kurz auf den Tacho. Bei 35 Minuten, okay. Ja gut, dann starten wir das vielleicht mal. Aber ich möchte dann zurück zum Schiff. Ist das der richtige Weg? Hinter mir ist doch Teleport, oder? Ja, genau. Zum Schrottplatz. Oh, ist das denn auch richtig? Wie kommen wir denn zurück zum Schiff? Wir probieren es mal einfach hier lang. Ist irgendwo noch Raritanium? Da oben, ich sehe es. Komme ich da hoch? Ah, okay. Zum Landefeld. Da sind wir richtig. Alles klar. Okay. Dann. Wie viele Spybots? Falsche Taste. Wie viele Spybots fehlen uns denn noch? Das steht hier nicht. Doch, 5 fehlen uns noch. Alles klar. Gucken wir als erstes mal. Da haben wir ihn. Der fehlt uns. Dann ab nach Sargasso. Okay. Hier ist jetzt der Vorteil. Die sind alle auf der Map verzeichnet. Äh. Okay. Infobot. Wo bist du? Wo bist du? Sieht jemand den Infobot? Der sage mir Bescheid. Das kann doch nicht sein. Äh. Äh. Also ich sehe ihn nicht. Hm. Ich gucke einfach gerade sehr genau hin. Ich glaube wir brauchen. Äh. Okay. Ich nehme mir jetzt auch wieder einen Guide. Ja, wir müssen mit Trudy die... Ach, da ist er ja. Okay. Alles klar. Äh. Schön blöd. Wir müssen Zurbsteine finden. Dafür schauen wir mal auf die Map. Okay, ja. Na gut. Später. In Ordnung. Was ist das denn? Oh nein. Na gut. So, jetzt geht's wieder... ...kurs auf die Map. Kommen wir mal da links. ...kurs auf die Map. Oh nein. Mal gucken. Guck an. Sind wir da richtig? Mein Gott. Was für ein Umweg hier. Sieht nicht so aus, als sollten wir hier lange. Aber gut. Da sind wir. So, Zurbsteine. Da oben drauf zum Beispiel. fehlen. Aber ich darf... Ich krieg die nicht... Ach, naja. Irgendwo müssen noch welche sein, die ich einfach greifen kann. Und dann... ...kann ich die aus der Luft auch abschießen. Das ist nicht der richtige Weg. Ist wieder genau zurück. Ist ja Quatsch. Was ist denn hier mit denen zum Beispiel? Ach, guck da unten. Ach, dann stirbt man direkt. Na gut. Na gut. Ach, das ist doof. Komme ich da denn anders hin? Als mit ihr? Das ist doch dort oben, oder? Genau. Komme ich nur mit ihr hin? Sieht so aus. Ist doch... Ah, das ist blöd. Dann rasen wir mal ein bisschen mit den Schnecken hier rum. Käfern. Gucken, ob wir so noch was finden. Oh. Mein Gott, ein Soopstein noch, bitte. Huch. Was sagt er? Sag doch noch mal, bitte. Hm. Ja, ein Raritanium. Können wir noch ab. Geben. Ohrhund. Na gut, dann machen wir uns zu Fuß auf den Weg, weil... Ich will einen Stein. Da gibt's aber keinen. Da auch nicht. Eher hier hinten. Okay. Hä? Okay, okay, okay. Ja, tschüss. Weiter. Weiter. Ja, wie zu erwarten, hier war auch eher Sackgasse, ne? Hier ist auch nichts dergleichen für uns. Und wir kommen hier nicht weg. Dann haben wir hier... Äh... Da oben, genau. Zumindest einen Landeplatz, einen Startplatz. Können mal gucken... Wo wir hinfliegen. Und landen können. Was ist denn da? Da ist auf keinen Fall mehr ein... Zerpstone. Was ist denn da? Da noch nicht, aber da hinten. Das ist ja auch da oben. Ja, wunderbar. Keine Zerpstones mehr. Ich fass es nicht. Also keine, die nicht irgendwie durch... Jetzt müssen einer 16 Stück irgendwie rumfliegen. Aber wir kommen an keinen ran. Nicht... Kann's doch nicht sein. Ach, na gut. Ja, es gibt gut Gummi hier. Wow. Wow. Gleich Stufe 5. Yes. Genau da du es. Sehr gut. Ist da ein Zurbstein? Nee. Ah, ich seh es. Nee, das sind Gegner. Ich fass es nicht. Okay. Da hinten sollen welche sein. Na gut. Ja, das... Hier waren wir doch gerade eben auch schon. Ja, das eine ist da oben. Andere ist da oben. Hey, Trudy. Ready to fly? Ja, das bringt ja nichts. Da ist es. Was war das denn? Okay, systematisch. Fangen wir einfach oben an. Das ist auf dem Dach auf jeden Fall. Kommen wir nicht dran. Das ist in meiner Höhle. In Rivids Höhle. Da muss man doch irgendwie da kommen. Ja. Ach Mensch. Jetzt ist aber gut. Ja. Wo denn bitte? Das da? Nein. Das da ist auch kein Zurbstein. Also das... Ah, ja gut. Vielleicht da oben. Okay, muss ich dann da reinfliegen? Ja, okay. Auch nicht erreichbar. Das da, das da. Nicht erreichbar. Eins, zwei. Diese beiden sind auch nicht erreichbar, weil die da oben sind und... Oder da hinten. So, Map. Die sind beide auch nicht erreichbar hier. Was ist mit dem da? Da ist erstmal... Da ist erstmal... Äh... Raritanium. Ach guck, von hier aus komme ich ja auch da hoch. Okay. 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 So Siehste, dann hat also das Internet recht. Ja, endlich. Unmöglich. Das war jetzt ein bisschen nervig. Naja. Ja, wo? Wo soll der denn sein? Kann ich den? Guck mal, ich kann den markieren. What? 100 Meter? Ich stürze schon ab. Ja, bitte. Oben oder unten? Oder ich verstehe das nicht. Oder ist das vielleicht in der Falte hier drin? Nee. Nur drei Kilometer weit weg jetzt. Ach doch. Nach oben auf jeden Fall. Okay, Leute. An der Stelle würde ich sagen, machen wir aber einen Break. Hier geht es dann beim nächsten Mal weiter. Ja, das war jetzt ein bisschen mühselig, aber... Naja, immerhin wissen wir jetzt Bescheid, wie es läuft. Ach, obendrauf. Okay, ja. Da kann ich schön in der Hülle rumfliegen, wie ich will. Da obendrauf ist das. Naja. Dennoch, das machen wir beim nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr wieder zuseht. Es ist nicht mehr viel. Okay, wir haben es fast geschafft. Bis bald. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.